Herzlich Willkommen bei Elektrotechnik Bote GmbH & CoKG, Ihrem Experten für alle Leistungen im Bereich Elektrotechnik im Großraum Bremen. Unser Meisterbetrieb kümmert sich seit 1913 um Gebäudetechnik, Hallenbeleuchtung, Industrie- und Photovoltaikanlagen und Baustrom. Als Spezialist für Elektroinstallationen erhalten Sie bei uns von der persönlichen Beratung über die individuelle Planung bis hin zur fachgerechten Installation und Wartung alle Leistungen aus einer Hand. Gerne beraten Sie unsere geschulten Monteure und Installateure über Elektroniklösungen im Bereich Industrie. Für alle Fragen rund um unsere Leistungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.